So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Farm-Enders 2018 mit mir hier, TheMark. Ich habe es geschafft, alter hat das jetzt gerade gedauert, eine Stunde sicherlich, vorzuspüren. Ich habe jetzt eine Stunde den Spielstand laufen lassen, nur um die Kühe zu... Also dass ich halt Kühe produziere, also halt Kühe vor, also Babykühe, alter, das hat ewig gedauert. Jetzt sind wir wieder da, ich habe es geschafft, jetzt gerade vor wenigen Sekunden habe ich es geschafft. Geld ausgegeben natürlich in der Zeit, Produkte eingenommen, wir haben den Winter überspielt, das war nicht relativ gut, da gab es echt viel zu gucken. Ich habe jetzt schon mit der Feldarbeit angefangen, dachte so, komm mal gleich, jetzt machen wir mal hier weiter. Kapitel 4 heißt das Geschäft, deine Investitionen wurden sicherlich den Finanzhaushalt aufpeppen. Zeit, den Boden zu bearbeiten, kauf den Flug Rode und den Grupper Ister, bearbeite dann fünf Felder. Das heißt, wir müssen gleich Felder machen. Erstmal Zeit auf Pause, denn wir müssen jetzt erstmal einen Flug kaufen. Gebraucht? Flug, oder was brauchen wir? Ja doch, einen Flug. Flug. Flug von Rode. Kaufen. Und ich habe auch Geld, weil dadurch, dass ich halt die ganze Zeit Milch verkauft habe und so, ist halt halt einfach dazu gekommen, Milch, Eier, Tomaten und so, weil die kommen halt immer wieder dabei. Grober Isterer. Neu. Flug. Grober. Anhänger. Nennt sich das Kultivator. Vergiss, Tera, kaufen. Ich habe keinen freien Platz. So langsam. Weg. Kaufen. Kultivator. Ester. Kaufen. Kaufen. Perfekt. Du kannst fünfmal Felder 0,9 Hektar. Wie viel habe ich denn? Ich brauche fünf Felder mal 0,3. Alter. Das ist 0,25er Feld. Das ist 0,1er Feld. Alter, ich brauche fünfmal 0,0,0,3. 0,0. Also, hey, eigentlich schon. Ich pflanze. Ich zähme jetzt hier einfach noch ein paar Felder hin. 0,0,0,0,3. Einmal. Das machen wir jetzt einfach ein paar Mal. Star unter 0,0,0,3 zweimal. Star unter 0,0,3. 0,0,0,0,1 noch. Eins noch. Witzigerweise sind wir jetzt gerade. Da passt eigentlich ganz gut. Zack. 0,2. 0,3. Fakt. 500 Felder und Erntegeräte. Kaufe eine Sämaschine. Eine Sämaschine für Getreide. Kaufe. Sämaschine. Ich baue jetzt erstmal noch so Platz für die Fahrzeuge. Legen mich doch mal am Arsch. Fast sechs kleine Maschinen. Ist doch gut. Insekten auf dem Feld. Oh, die werden mir sogar geliefert. Da geht das Handy. So, jetzt warten wir kurz, bis das da fertig ist. Perfekt. Das heißt, jetzt brauche ich eine kleine Sämaschine. So, wenn man nicht in den Aufnahmeteil habst. Kaufe eine Sämaschine für Getreide. Das machen wir jetzt einfach. Oh, geht's an. Mal schließen, das bleibt ein Strä... Sträßchen an. Ich hoffe, das reicht dann auch. Nö, nö, nö. Ich entschuldige mich gerade für die komische Folge. Aber... Kann ich die jetzt eigentlich verschieben? Park? Hä? Ist doch... Äh... Für kleine Geräte. Da passt nur das rein. Das ist aber kacke. Und wann habe ich letzte Autosave-Game? 20 vor 25... Nimm wir das. Machen wir das neu. Ließ ja hervorragend. SHH... Ich bin heute echt nicht auf der Höhe, ey. Bin heute echt nicht auf der Höhe, was da lange geht. Ich weiß vielleicht nicht, was level loaves ist mit mir heute? Wenn man einfach nicht denken kann? zimmern wir noch mal eben die dings dahin jetzt seht ihr auch die schön lade screen screen der ist ja so wahnsinn wahnsinns mäßig geil diese musik ist echt beruhigend so ja die fahrzeuge haben jetzt gekauft jetzt müssen wir die felder noch erstellen das geht ja noch zweimal dreimal einer fehlt noch zu gott like gott kostet mich das feld der stelle nicht irgendwas ich glaube nicht ich glaube nicht so jetzt fängt es an ich hoffe das ding jetzt passt wenn ich kriege einen anfall und gehe habe ich keinen bock mehr mittelgroße maschinen das sind ja auch keine riesen maschinen größer m oh da kann man glaube ich den trecker da rein stellen den anhänger müsste da rein passen das ist alles größer m zeitvorsprung geht auch schneller kurz gucken milch eierrest läuft ja 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 schließen wir dort wieder ein straßennetz an schließen wir dort wieder ein straßennetz an kauf meiner sehr maschine von für getreide kauf kaufs kerne so kaufs kerne kaufs kerne kaufs kerne kaufs kerne wind1 10 so muss ich alles per den machen ist auch gut dann kann ja hier eigentlich schon mal einer anfangen kaufs kerne zu säen viel spaß Aber also fehlen dann hier echt ganz schön die Mitarbeiter. Was muss denn hier drauf? Weizensamen. Weizensamen, drei Kilo. Bestellen wir mal einen Weizensamen, bis die da sind. So. Weizen, so. Okay, Mitarbeiter fertig arbeiten. Rapskerne haben wir, Weizen haben wir. Buchen Weizen gerne. Buchen Weizen gerne, aber euch ein Kilo für ein Feld ist so schön. Boah, die Musik, ey. Ganz kurz wieder Milchpreis gucken. Nicht schön, aber weg. Der ist gut. Der ist gut. Erpreis. Und Kraut. Oh, Mann, da habe ich da einen Mitarbeiter frei. Aber wie er es geht, wenn ich es da bin. Hier geht's. Okay. Hey. Okay. Let's go. Tja. Okay. Sehnauswahl. Arbeitet. Gubbs. Aber die Musik. Jetzt habe ich das Problem, dass er das wieder nicht erkennt. Das Problem hatte ich schon mal. Gudi. Ich denke, ich spreche mal mit der Person, die mich sprechen möchte. Und ich werde dann den Spielstand gleich mal neu starten, bevor wir das jetzt gleich nochmal testen mit dem Ansehen. Oder ich werde es einfach jetzt gleich mal testweise ansehen, während ich mit ihm rede. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für's Zuschauen. Wir sehen uns später wieder für eine weitere Folge. Bis dann. Danke. Ciao.